Herzlich Willkommen zu ner neuen Aufnahme von LL17, sondern von EuroZwack Simulator. Ja, wir machen da mal wieder nen Auftrag. Ja, und danke für die guten Kommentare, ne? Und ja, ab 17 Uhr schalte ich jetzt immer Licht an. Und einer hat gesagt, ja, ich auch nur 80 fahren soll, dann mach ich's. Ab jetzt. Wollt grad mal gucken, wie man Licht anmacht. Äh? Du? Gut. Gut. Und umleuchten. Also. Jo? Äh? Mist, ich muss grad noch mal was holen. Ja, sorry, Gauert, hier ist nen Moment. Hab nen Timer vergessen. So, geht weiter. Hm. Hm. Oh, völlig top. Und das soll ja natürlich nicht sein. Ach komm. Och mann! Unfall verursacht. Tja, dann hab ich halt einen Unfall verursacht. Kann ich dann auch nicht für... Unfall fährt so schnell! Pfff... Wat? 40? 90? Stapfig ist voll gut. Stapfig ist voll gut. 1. 2. 2. 3. 3. 2. 4. 5. 6. 7. 11. 13. 12. 14. 4. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 18. 19. 18. 20... 21. 23. Na gut, es gibt noch ganz andere Stellen, wo es eine Herausforderung wird. Und um tanken müssen wir uns keine Sorgen machen, da haben wir immer so gemacht, dass, mitten auf der Autobahn, mitten auf der Autobahn einfach rausgemacht. LKW außersehen, perfekto, ne? Jo, schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr das auch so macht. Ob ihr einfach, wenn ihr das ausspielt, auf der Autobahn den LKW einfach ausschaltet. Ich hab's gerade außersehen gemacht. Ich fange zu schnell. Ich sehe mein Spiegel gar nicht. Oh Mann, warum fahre ich schon wieder zu schnell? Oh, um 3.04 Uhr sind wir da und wir haben es jetzt 9.44 Uhr. Ich sehe die Spiegel gar nicht. 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 geben da war da knapp wir fahren fahr los komm fahr kommst du doch nicht vorbei ja mal war für eine lächerliche Muppe also ich drücke jetzt jedes mal beim neuen Auftrag auf Muppe weil ich hören will wie die sich anhört die ist irgendwie bisschen lächerlich naja und falls ihr fragt was das ist da ist mein Hund die spielen grad die spielen grad oh ich fahr viel zu schnell ich bin mir gar nicht aufgefallen leise die in die dass die in Ja, so, das war's für heute auch schon wieder mal. Ja, ich weiß, es geht ein bisschen kürzer wie sonst, aber ist ja egal, ne. Dann bis nächstes.